In Österreich kommt das TV-Programm bei den meisten zuhause aus den Sternen. Denn 57% aller TV-Haushalte in Österreich nutzen den Empfang über Satelliten. Und ich bin einer von diesen 2,1 Millionen, die eine SAT-Schüssel haben, ein Kabel aus der Wand und den neuen Samsung Evo S-Sat-Receiver mit Paket von Hadi Austria. Klar, Receiver gibt es viele. Doch der hier ist das Gerät, das du wirklich brauchst. Warum? Deswegen. SAT-Kabel und HDMI-Kabel in den Samsung Evo S-Sat-Receiver und unbedingt ans Internet hängen und wer will, eine Festplatte zum Aufnehmen anstecken. Super easy und fertig. Hätte ich fast vergessen, Strom muss auch rein. Jetzt einschalten und da ist sie auch schon, die große, weite HD-Austria-TV-Welt. Mehr als 80 Sender in HD. Dazu noch die gratis ORF-Freischaltung. Dank der Verbindung mit dem Internet empfange ich jetzt viele Internet-Sender, wie zum Beispiel ProSiebenFun. Das TV-Programm ist natürlich jederzeit bequem zu pausieren und mit einem weiteren Knopfdruck auch wiederholbar. Jetzt steht meinem TV-Genuss nichts mehr im Weg. Außer, na ich sehe schon, du musst Gassi, oder? Na gut, dann Gassi. Ja, du hast deinen Spaß. Und ich verpasse meine Lieblingssendung trotzdem nicht, denn ich habe die TV-App von HD-Austria. Mit der TV-App kann ich nicht nur meine Lieblingsserie unterwegs sehen, sondern ich kann sie auch einfach von der App aus aufnehmen und später ansehen. Mike! Mit dem neuen Samsung Evo S-Sat-Receiver und der HD-Austria-TV-App entgeht mir gar nichts mehr. Ciao, Fanny. Beverly Hills Chihuahua. Ist doch dein Lieblingsfilm. Mein auch. Mit HD-Austria, der HD-Austria-TV-App und dem Evo S-Sat-Receiver zum perfekten Fernsehgenuss.